Unsere Erde ist nur ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus ein Planeten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlose Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Welt anschauen. Wagen wir den Mut und die Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, damit unsere Kinder und Kindeskinder einst mit Stolz den Namen Mensch tragen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020